Ja okay, du musst jetzt nicht Auto fahren damit. Ja. Also du bist hier der Fahrer, du musst trocken bleiben. Genau, bin ich natürlich. Oh, eine Stromleitung! Wir können fliegen! Oh mein Gott! Das wäre voll geil, wenn du durch Rumtricken D-Link bekommen würdest, dass du rumfliegst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ganz gerade fahre, wenn du so will. Ja, ja, tust du schon. Ja, ja, aufwähligen Spur aber ansonsten. Ja, super, ist schon. Wo soll ich Checkpoint nennen, die nicht zu hart reinfallen? Danke offen, ich sehe das nicht so gern. Danke offen, ja. Jetzt kannst du da Gas geben, komm! Aber Alkohol, Gas geben! Richtige Spur, Billy, danke. Das ist die weite Spur. Billy, bei mir ist das die richtige. Ach so, verkehrt oder was? Langsam lässt es ja schon nach. Oh. Boah. Er liegt lieber, glaube ich, in den Gaswesten. Aber zum Glück haben wir... Nee, jetzt fängt es wieder an. Bei mir nicht, bei mir ist ein bisschen verschwommenes Zeug. Aber zum Glück haben wir jetzt noch eine zweite Flasche. Kann es sein, dass ich schon länger kein Dings mehr gesehen habe? Supporter? Ich habe gestern eingesehen. Ich habe sogar mehrere. Ja, die bei uns im Talent haben nicht gezählt. Ich kann Autofahren. Kann Autofahren. Was sei denn, wir haben jetzt in eine Schießerei gerufen werden, Opi? Boom. Zu wem soll ich gehen? Ich war halt noch nicht für die Leitplanke. Bei mir war es die Leitplanke. Opi? Ich bin mir so ein scheiß Poller. Boopi? Ja. Ach Jonas. Benjamin, du hast mich verletzt. Das war eine scharfe Kugel. Ach. Keine Taser-Kugel. Ups. Mann, 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 Jonas, ey. Wem soll ich gehen? Auf jeden Fall? Als Einsatzleitung. Ach so, was? Harry Hirsch braucht ein Teilung. Der Hirsch? Oh Gott. Der Hirsch, ja. Ja. Marco. Schimalkeski ist auch da. Wo? Der hier. Hauen weg. Na dann Schieb. Seif, Kürgelsch. Werden wir jetzt? Over. User was moved out of your channel. Over. OP hat er...